Herzlich willkommen hier im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig. Wir freuen uns sehr, dass wir zum zweiten Mal Daten für Coding da Vinci Ost bereitstellen können. Ich glaube, der alte Leonardo wäre ziemlich stolz darauf, was sie daraus Kreatives anstellen und wir als Team sind auch schon sehr gespannt darauf. Wir stellen unsere Sammlung historischer Dagiatypien zur Verfügung. Dabei ist jede Dagiatypie ein Unikat. Es war das erste kommerziell nutzbare fotografische Verfahren und ist 1839 von einem Maler in Paris vorgestellt worden. In Leipzig wurde es groß gemacht durch die Selfmade-Unternehmerin Bertha Wehnert-Beckmann, die erste Berufsfotografin Europas. Eine Dagiatypie ist hier auch von ihr, nämlich die Portraitaufnahme vom Schriftsteller Friedrich Gerstdecker. Die Dagiatypie daneben zeigt den Leipziger Marktplatz. Es ist die nachweislich erste fotografische Darstellung des Leipziger Marktplatzes. Und wir haben uns für die Dagiatypien entschieden, weil sie zum einen das revolutionäre fotografische Verfahren darstellen und zum zweiten auch das Revolutionsgeschehen 1848 abbilden. Vielen Dank.